Die HTW hat zwei Standorte, einer schöner als der andere. Der eine, ich nenne ihn üblicherweise Park Campus in der Tresco Allee, mit dem Baumbestand und den Büschen und der Möglichkeit im Sommer einfach mal draußen Unterricht zu machen, wunderschön. Und wir haben den anderen Campus an der Spree, darüber muss ich nicht viel sagen, wer kann schon an der Spree studieren. Ich finde beide toll, aber beide haben auch noch Luft nach oben. Insbesondere sollten wir, glaube ich, zwei Themen in den nächsten Jahren auf die Tagesordnung setzen. Das eine ist die Aufenthaltsqualität in den Räumen, aber auch im Gelände jeweils zu verbessern, so dass man sich noch wohler fühlt und vielleicht noch ein bisschen länger da bleiben möchte. Und noch wichtiger ist der andere Punkt und der heißt, eine Hochschule muss Lernorte zur Verfügung stellen. Die Planungen für die Räumlichkeiten unserer Hochschule sind jahrzehntealt, alles irgendwie aus dem letzten Jahrhundert. Also für sie aus dem letzten Jahrtausend. Und unsere Vorstellung von Hochschule hat sich in den letzten Jahren geändert und ich glaube auch verbessert und weiterentwickelt. Und das heißt, ich stelle mir vor, dass wir an ganz vielen Stellen in den nächsten Jahren Schritt für Schritt, kostet alles Geld, Schritt für Schritt dafür sorgen, dass wir ganz viele sehr bunte, sehr einladende Lernorte in unserer Hochschule schaffen, an beiden Standorten. Viele von Ihnen wissen, dass ich mich sehr dafür einsetze, dass wir unsere beiden wunderschönen Campus-Standorte zu einem zusammenfassen dürfen, und zwar den an der Spree. Übrigens nicht, weil ich den Campus in der Tresko-Allee schlecht finde, sondern weil ich glaube, dass es für die Entwicklung der Stadt und auch die Hochschule besser ist, wenn wir an einer Stelle konzentriert sind. Das erleichtert die Zusammenarbeit. Und wir können in Oberschöneweide an der Spree sehr viel zur Weiterentwicklung und zum Neuerfinden eines uralten, sehr historisch gewachsenen Areals, in dem mal 25.000 Leute gearbeitet haben und mehr, dafür unseren Beitrag leisten, dass das vorwärts geht. Wo stehen wir im Moment bei dieser Frage? Überraschenderweise weiter, als ich jedenfalls im März gehofft habe. Der Senat hat sich inzwischen zweimal mit unserer Frage beschäftigt. Und ich habe ein Schreiben des Staatssekretärs schon seit einigen Wochen vorliegen, in dem er mich darüber unterrichtet hat, dass der Berliner Senat bei seiner Befassung mit der HTW beschlossen hat, das Projekt einer Standortkonzentration in Schöneweide voranzubringen. Das ist noch nicht die Summe Geldes, die wir brauchen. Das ist noch nicht die Entscheidung darüber, ob es Gebäude A, B, C oder ein Neubau wird. Aber es ist eine klare Aussage, dass wir dieses Projekt weiterverfolgen können und sollen. Es ist übrigens eine der ersten Entscheidungen gewesen, die der Berliner Senat nach der harten Lockdown-Phase und der permanenten Beschäftigung nur mit Corona-Themen auf die Tagesordnung genommen hat. Und ich nehme das als Signal dafür, dass der Berliner Senat hier auch bereit ist, ernst zu machen. Im Moment entwickeln wir gerade verschiedene Szenarien. Insbesondere wird für ein Gelände, das ist das in Oberschöneweide hinter der Waschbar, die Sie sicherlich alle kennen werden, das Flurstück 177 wird es genannt, und dass wir hier eine Machbarkeitsstudie machen, um zu schauen, können wir dort erste Flächen für die HTW erschließen und dies womöglich auch noch ganz schnell. Ich bin guter Dinge, dass wir in den nächsten Wochen, wahrscheinlich so um den Jahreswechsel herum, auch die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bekommen. Und dann ist die Zeit reif für nächste konkrete Schritte. Die Antwort ist ein klares Ja. Wir werden ab Januar 2021 als HTW Berlin klimaneutral, als erste Hochschule im Land Berlin. Allerdings, jeder gute Wein wird leider durch den einen oder anderen Tropfen Wasser verdünnt, haben wir da eine kleine Aufgabe und Herausforderung noch vor uns. Wir sind zwar ziemlich weit mit unseren Klimazielen. Insbesondere haben wir in der Zeit, als der Campus leer war, jetzt im Sommer, Photovoltaik auf jedes Dach raufgepackt, das irgendwie verfügbar war und werden in der Hinsicht zum Beispiel, was unseren Energieverbrauch angeht, deutlich besser dastehen. Aber das reicht alles noch nicht. Und um die Zeit, bis alles reicht, zu überbrücken, haben wir uns dazu entschieden, dass wir beginnend ab Januar 2021 uns an einer Art von Zertifizierung beteiligen. Das heißt, wir zahlen eine gewisse Summe in Initiativen hinein, die Klimaneutralität versuchen herzustellen. Und wenn man diese Maßnahme dazu nimmt, kann man sagen, und das stimmt, die HTW ist ab Januar 2021 klimaneutral. Was nicht heißt, dass wir am Ende eines Weges sind, sondern einfach nur einen wichtigen Zwischenschritt haben und die nächsten Aufgaben angehen müssen, um im eigenen Bereich die Klimaneutralität, den Energieverbrauch etc. voranzubringen. Das ist ein bisschen wie 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 ein bisschen wie